Ja, von der echte Leafhaber, Versammler, Tourist, Isabel Versammler, hier der komplette Collection von Roll Queen Seeds. Und jetzt sagen wir eine helle Hoop, das ist Triparina Stärk, Trauernsgleich hier bei uns, vor elf Tienchen 50 Cent zurück, ob die Sparkarte hat. Und auch die Garantie, dass alles in Ordnung ist. Natürlich, wer für Wart ist, an der andere Kante morgen noch, Roll Queen Seeds von der echten Leafhaber und Versammler, hier durch die komplette Collection. Spar sie allemal, soll ich sagen. Und jetzt bin ich an!